Freunde und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf dem GamerBland Kanal. Ja, lange hat man nichts mehr von uns gehört. Keine Ahnung, Schule und so weiter kennt ihr ja, da hat man kaum noch Zeit für ein Video zu machen. Heute mal ein ganz kurzes Video und zwar, ein Kollege hat sein neues Album King jetzt veröffentlicht. Ich habe die Lieder jetzt schon wegen iTunes, also ab 1 Uhr kann man sie ja downloaden. Und ich kann echt sagen, er ist verdient jetzt schon auf Platz 1. Also das ist wirklich, das Lied Königs Aura, das haben ja viele gehofft, damit es so wird wie Boss Aura, weil Boss Aura einfach nur eins von den krassesten Liedern war von ihm. Und Königs Aura ist ziemlich heftig, also das ist wirklich richtig geil. Natürlich die anderen Lieder sind auch alle ziemlich geil, also das Album an sich ist richtig nice. Und kauft weiter ein, damit er weiterhin auf Platz 1 bleibt. Man muss sich ja vorstellen, Nacht zum 1 kommt er direkt auf Platz 1. Es ist so heftig, wo es der Ansporn war und für das Album, das war richtig krank. Und ja, vielleicht kriegt er ja auch Platin, keine Ahnung wie viel er davon verkaufen muss, aber keine Ahnung, wenn es so weiter geht, dann müsst ihr auch Platin bekommen für das Album. Aber die Promo-Phase an sich war ja auch wirklich ziemlich geil, also verdient. Das hatte bis jetzt noch keiner gemacht, über YouTube so eine Promo-Phase zu starten und war ziemlich geil, vor allem mit dieser Late-Night-Show. Also ich sag, verdient auf Platz 1 und ja, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Schreibt mal noch in die Kommentare, ob ihr euch das Album aufholen werdet oder ob ihr es illegal downloadet werdet. Aber ich finde, man muss es unterstützen, denn wenn man schon so eine Promo-Phase macht, sowas ganz Neues und alles, vor allem mit dieser Late-Night-Show, die richtig geil war, den kann man unterstützen, ist doch egal. Wir leben jetzt nicht auf der Straße, wo, keine Ahnung, dass man sich keine 10 Euro jetzt gönnen kann und sich das Album kaufen kann, also unterstützt ihn doch. Links sind dazu dann in der Beschreibung. Haut da rein, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!